Ich befinde mich gerade mitten im Game und damit moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute spiele ich mal Raiden. Ja. Im kurzen und ganzen ist es, also erklärt es euch mal. Ihr müsst eine Maustaste berückschalten, egal welche, um das zu geben. Man kann auch seites machen, indem man auch wieder die linke Maustaste berückschaltet. Aber dafür sehr lange dauert. Das gibt es natürlich auch auf dem Handy. Eigentlich genauso, nur es sind ein paar andere Hands, also Bikes. Und es ist halt auf dem Handy. Alter. Ja. Und unsere Mission ist es, so weit zu kommen. Das ist es. Alter. Und wenn man auf dem Rücken landet, dann... Ne? Cool. Vorwärts, Leute. Alter war das schnell. Spannend wie eine neue Bikes. Achso. Hier seht ihr die... Mit 1.000. Mit 1.000 Stars. Und die hat man hier oben. Dann kann man get a bike. Geil. Wusste ich nicht. Krass. Ja. Ich finde das Spiel eigentlich nicht so geil. Was ist denn überhaupt für eine Art Spiel? Also für eine Art Spiel? Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr mehr davon findet. Ne? Also da explodiert man übelst heftig. Readst 올�iert man. Musik hat an Maybeill. Geil. Musik hat er gesagt. Musik hat er gesagt. Gesehen? Also, jetzt versuchen wir mal richtig weit zu kommen. Also, man geht so schnell, ne? Hey, da hat sich doch grad was verändert. Alter, habt ihr das gesehen? Oha. Vorwärtsalte, Alter. Das war heftig. Hier geht's auch eindeutig mehr Juwelen zu sammeln, als auf dem Handy. Ich bin einfach so drunter durchgeführt und schluste die Juwelen. Nehmen wir das wieder. Jetzt sind wir auf Juwelenjagd. Geile, geile Juwelenjagd. Wir haben 1000 Juwelen bekommen. Mal sehen, welche Bikes wir am Ende der Folge hier bekommen. Achso, und wenn ihr auf so rote Plattformen kommt, zum Beispiel diese... ...bewegt ihr da gerade die Sägeplatte, dann geht's kaboom. Und die Glauben machen irgendwas, ja? Also, die bewegen sich, fallen runter... ...und wie auch immer. Alter, habt ihr das gesehen? Also, wenn... Da. Jetzt ist es lila, aber wenn das blau ist, also die Farbe, die euer Bike hat, die Farbe hat, haben auch die Plattformen, die sich bewegen. Alter war es grad knapp. So, jetzt sind wir aber auf. Wir gehen. Wir gehen. Ich glaube... ...ich verkackt immer. Weil ihr noch nicht geliked habt. Alter, ich hab mich streng auf einmal. Ich hab mich kaum bewegt, wenn ihr noch kaputt. Aber heftig. Die Räder flogen. Ich bin ganz einfach still. Aber noch nicht dabei. Links! Leute, wo ist überhaupt eine Arten Spiel? Schreibt es an die Kommentare. Ja, es gibt Action, Mödie, ja. Was ist denn zu? Rätsel gibt es, aber ich glaube eher wenig, dass es Rätsel ist. Das, meine Damen und Herren, ist eine Spielart von Rätsel. Zum Beispiel Agent 00 ist, Agent 00 zeigt schon den Namen, Agent. Ne, das ist so Rätsel. Gibt es hier Level? Weil auf dem Handy gibt es auch Level. Nur weil es auf dem Handy war, heißt es nur, dass es hier auch so was gibt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, anscheinend nicht. So. Alter, habt ihr das gesehen? Da war kurzer Leck, aber kümmern uns nicht. Perfekter Seite. Habt ihr das gesehen? Ach, ganz normal. Das ist doch unfair. Jetzt erst noch mal ganz langsam. So wie wenn eine alte Oma dem C die Straße überqueren möchte. Ja, ein bisschen schneller schon. Das passiert, wenn sie zu schnell ist. ein bisschen länger in der Box mit der blanzeig. Aber das wirst du gegnern. Das käme etwas mehr. Aber das geht ja überhaupt nicht. Ja, das ist Schein. Der Rand ist ja immer noch nicht. Ja, die Oma, dann sieht dein Bruder. Ach, das ist nach dem einen Bruder. Wie hast du das denn? Wir sind auch nur mit einem Blubkrieg. Das war's mit dem Video, ich hoffe es hat gefallen, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen, naja, mit einem Kommentar. Das könnt ihr auch noch selber auf YouTube abonnieren oder bei Google, könnt ihr auch bei Chrome machen. Körnete! Körnete! Bis zum nächsten Mal.